Dann machen wir die Flocken bereit. Alle Flocken machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen leisten. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Starke zeigen. Gemeinsam. Hektet Ende. Die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum gehen wir nicht direkt gegen die Citadel vor? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Verdammt! Die Arme müssen offen sein, um den Tegel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange Sie aktiv sind, können die Hammer-Transporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Inflation mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschubene Operationsbasis ein. Ich sehe immer noch nicht, wie wir von London aus zur Citadel kommen. Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VUB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es so weit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschill und Floppen den Tegel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tegel lange zu schützen. Nichts ist einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tegel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück. Für uns alle. Wir machen die Arme. 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 Wir machen die Arme